Ja, hallo und jetzt kommen wir zurück zu Let's Play Cryo 4. Frei der Angst. Ich habe ins Spiel reingeklickt und habe dabei eine Muni verschossen, aber es sollte nicht allzu schlimm sein. Ich will meine Füße zurück. Aber den Satz habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Vielleicht sind wir ja im Rollstuhl oder so. Da kommt damit nicht ganz klar. War ich meine eigene Psychosenwelt? Wer weiß. Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen? Und nicht versagen. Ich bin noch am überlegen. Ja. Ich habe mich bei Altes Live meinen Polly... Nein, Vorschlaghammer. Ich darf mal gerade meine Vermutung äußern. Damit soll man das einschlagen. Und da es wahrscheinlich eine Waffe ist, also dieses witzige Ding da, die meisten wissen, was ich meine. Ja, damit kann man einfach schlagen. Dauert nur sehr lange. Macht wahrscheinlich mehr Schaden als der Nightstick. Ähm, wahrscheinlich kommen jetzt Monster. Ich will nur noch gerade was mit Altes Live erzählen. Finde ich recht witzig. Ich habe mich als Polizist beworben. Wie die Bewerbung aussah. Ich habe jetzt schon eine Antwort gekriegt. Sag ich euch nicht. Ich bin gemein. Ähm. Und, ja. Mein Ingame-Name von Al, äh, von Arma ging nicht. Ja. Und, ähm. Deshalb war ich mich der Schrank genannt. Und als er mir geantwortet hat, Hallo Schrank. Das, äh, fände ich immer noch sehr witzig. Ich glaube, dass jetzt Monster auftauchen. Ganz einfach aus dem Grund. Da war jetzt, wie gesagt, eine neue Waffe. Deshalb werde ich etwas vorsichter hier. Umlaufen. Ich gucke mal gerade aus dem Fenster. Ich sehe aber nicht. Häää! Oh, ein Schlag. Nur die Schlagbewegung dauert sehr lange. Ich sehe dich, du kleine Nutter. Ich sehe dich. Oh Gott. Hier werde ich wahrscheinlich auch wieder mit einem Schlag, äh, mit dem Ding platt kriegen. Nur die Schlagbewegung dauert halt sehr lange. Ich muss mich ein bisschen ungewöhnen. Kääää! Al! Kuckuck! Kuckuck! Ja, da hat er mir zweimal mitgegeben, bevor ich dem einen geben konnte. Aber ich rüsse jetzt erstmal wieder die Glock aus. Und dann einmal das hier. Ja, so lange kann die Aufnahme wie gestern leider nicht werden, da ich, äh, noch zum Tennis muss. Ich rüsse jetzt nochmal lang. Hier ging's zurück, da. Scheinen keine Monster zu sein. Nee, scheint nicht zu sein. Und dann einmal... YASSA! 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 Okay. Ähm. Ist das ne Wand oder was? Da soll ich... Da soll ich langlaufen. What the fuck? Einfach nur... Ja, das sieht man noch nicht wirklich mehr. Was hier? WES? Ähm. Ha, 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 was zur Hölle? Wo ist die Tür? Oh, ich will euch die Tür auf! Geht's durch die Tür auf, sagt mir was! Leicht mit Sprit. Ich erreiche die Tür nicht. Wahrscheinlich kann man die nicht erreichen. Ähm. Ich renne mal von hinten. Ich bin davon überzeugt, die kann man wahrscheinlich erreichen. Aber ich weiß nur noch nicht, wie... Ich komm da nicht dran. Ich komm hier nicht dran. Okay. Naja. Auch egal. Ähm. Gehen die Treppen nach oben. Äh, 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 äh. What the fuck? Oh, es gibt doch keine Uhr an. Das kann mir doch keiner erzählen. Nasser! I want my feedback. Ja, ich will Feedback. Ähm. Ich darf noch eine Punktung äußern, ne? Ich glaub, Simon ist so deprimiert, dass der sich hier ritzt. Und... Er will seine Füße zurück. Deshalb liegen die auch alle. Ich wette, keiner steht. Siehste? Die sitzen alle. Oh Gott. What the fuck? Alter, dieses Spiel, ne? Was macht der da oben? Ja, komm. Ritzt er sich an seinen Füßen. Was macht der da hinten? Entweder ritt er sich an seinem Arm oder an seinen Füßen. Der hat sich ritzt an seinen Füßen und hat seinen Arm schon abgesägt. Also Blut sieht ja bei Horrorspielen immer so hässlich ausmachen, also für geilen Effekte. Das werde ich nicht überleben! Oder doch? Sägen sich alle sein... An ihre Beine ab. Da kann ich theoretisch runter. Nein! Punkt, Punkt, Punkt. Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel! Es gab auch schon mal Vorgänger von Cryo 4, ne? Also... Das war schon logisch. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich den ausspielen. Ich werde mir auf jeden Fall mal angucken. Bis dann ganz durchziehen werde... Das ist ein einzig der wenigen Horrorspieler, die Krokner nicht gespielt hat. Ich meine, das wusste ich nicht, glaube ich, dass das Horrorspieler... Das ist Horrorspieler. Moment mal eben! So, Moment! So, du gehst ins Nichts. Bei dem hier könnte man dann theoretisch weiter hier. Jetzt mal rein theoretisch hier, könnte man weiter. Okay. Ja, das ist ein bisschen, glaube ich. SPRING DOCH, DU KLA- Das gibt's doch bei keiner U-Bahn. Das kann mir doch niemand erzählen. Wo will ich runter? Hier, wo ich runter, ne? Ja, und dann versuche ich mich draufzuhalten. Das ist aber gar nicht so einfach da draufzuhalten. Ich bin froh, dass ich das letzte Mal geschafft habe. So. Dem, dem. Never say never. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ich wollte es mal ausprobieren, weil das hat so ewig lang gedauert, aber nein, okay, das geht anscheinend nicht. Du, das ist not benefit level. Oh Gott, ich bin so froh, weil wir hier nicht raus sind. Gut, 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 gut. Ähm. Ich wollte hier lang, habe ich das schon erwähnt. Dann wollte ich hier runter. Dann wollte ich nicht hier runter. Dann wollte ich da drauf. Ja, ja. Ja, ja. Der springt nicht. Diese Note springt nicht. Ich weiß nicht wieso, aber der springt nicht. Was? Was? Wir brauchen jetzt nicht hier rumschreien und so. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ja, Mann. Ich muss sagen, jetzt mal gerade wieder zu alt ist auf dem Server, wo ich mich beworben habe. Ähm, es stand wirklich in den nächsten Stunden, kriegen sie ihre Rückmeldung. Ähm, es war Donnerstag, also heute ist Freitag, habt ihr ja gesehen an Gleicherständen. Es war Donnerstag, Abend um 23 Uhr, wo ich das abgeschickt habe. Ich habe morgens eine Rückmeldung bekommen. Und da stand ein paar Stunden oder so. Hätte ich nicht erwartet. Also die Rückmeldung kriegen wir schnell. Wenn der Vater dabei rauskam, sag ich euch nicht. Vielleicht werdet ihr es in ein altes Live-Folge mal sehen. Ich hab mich da gerade als Polizist. Nee, kann ich springen. Aber der... Laufen und springen klappt nicht. An dieser Stelle finde ich saukomisch. Obwohl ich überzeugt bin, dass man darüber muss. Ich werde das jetzt noch einmal probieren. Und falls es nicht klappt, suche ich nach einem anderen Weg noch. Der muss ja eigentlich klappen. Ja, gut. JASSA! 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 es geht er springt nicht nicht so last try jetzt endlich jetzt mal etwas anders aber auf jeden Fall wenn ich dann entweder die Folge ja gut dann wäre ich wahrscheinlich die Folge ich meine ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen 1 jetzt mal die Ausdauer holen der Doktor könnte sein Psychiater sein den er über alles hasst weil er Sachen sagt die so gar nicht stimmen ich werde damit heute nicht mehr fertig tschüss